Frage Nummer 1. Wie heißt du? Welche Rückennummer trägst du? Florian, Flick. Was ist deine Schuhgröße? 32. Wie alt bist du? 44. Was ist 1 plus 1? 19. Wo bist du zuletzt im Urlaub gewesen? 2. Wo sind wir jetzt gerade? Kroatien. Wer gewinnt die Champions League? SIDE. Was ist die Hauptstadt von Italien? Bayern München. Was magst du lieber? Stracciotella oder Haselnuss? Rom. Was ist deine Lieblingspizza? Stracciotella. Welches ist dein größtes Hobby? Salami. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Playstation spielen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Sport. Welche Augenfarbe hast du? Rot. Auf eine einsame Insel nehme ich mit? Blau. Auf was kannst du verzichten? Meine Playstation. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Süßigkeiten. Wie heißt Bernhard D'Rares mit Vornamen? Gummibärchen. Dein Idol in der Jugend war? Bernhard. Wer ist dein bester Kumpel? Messi. Der beste Sänger auf der Welt ist? Kevin. Wann warst du zuletzt im Freibad? Gestern. Wann war die WM in Deutschland? Im Sommer. Wie viele Tore schießt du in der nächsten Saison? 2006. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie schwierig war das Spiel? Fünf. Jett. Habf. Habat. Ja. Du bist.